servus christi und herzlich willkommen zum kleinen infovideo ich habe geschlossen rein zu eines halb spontanen ja dass wir heute ein livestream machen auf twitch das findet ihr dann unter www.twitch.tv da oben steht es ganz schön genau und ihr seht es hallo ich habe hier ein bild ich habe mir webcam gekauft genau von den spenden aus den letzten streamen plus geburtstags geld und so wir dachten ach jetzt ja mit der webcam und probieren es aus genau also wie gesagt ungefähr ab 20 uhr vielleicht ein bisschen später aber so in der richtung auf twitch tv slash wolper dinge unterstrich 2000 es gibt beyond minecraft beyond und ich baue dann ein bisschen die basis und so weil ich musste ein bisschen bauen das ist so fad inzwischen wie es da ausschaut und deswegen gedacht alles klar das war es dann für als info bis heute abend dann tschau tschau servus